Ja hallo mein lieben Zuschauer, herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge meines Let's Plays von Battlefield 4 hier auf meinem Kanal und wir spielen Conquest auf Spind. Das wird lustig, das wird fein. Greif dieses Einsatzziel an! Denn das haut richtig rein. Ein bisschen Squadpunkte noch mitnehmen, indem wir immer die Einsatzziele zuweisen. Ihr müsst dieses Einsatzziel angreifen. Und da kommt noch mehr! Scheiß, ich hab nicht gewusst, dass die schon so weit sind. Ah, okay. Dann werden wir mal jetzt unsere Position einnehmen und werden die Leute einfach mal nur retzen. Das, was ich eigentlich immer auf Spind mache. Ups, falsche Richtung. Ups, falsche Richtung. Und da kommt noch mehr. Und da kommt noch mehr. Ich hab's mal irgendwie geschafft mit 1, äh, 1 zu 3, also 1 Kill und 3 mal gestorben, auf Platz 1 hier zu kommen. Weil ich echt die ganze Zeit... Aber das war die reine, äh, Locker-Map. Hier ist die Hilfe jetzt unter dir! Nimm! Weil ich dann die ganze Zeit nur da gestanden habe und nur die ganze Zeit die Leute wieder hingestellt habe hier. Hol dir das Medikind! So. Kann der Sunny vor? Oh! Ja, erstmal. Supi! Ich bin so stolz auf dich, Junge. Komm, wir können mich doch... Ey, da hat er eben jemand neben mir gerätzt. Warum retzten der mich nicht? Da ist doch eben jemand neben... Meter neben mir gerätzt worden. Schuss. Achtung, wir haben Einsatzstil Alpha verloren. Hier, das Medikind! und 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 wird doch gleich einer umfallen wird doch gleich einer ich sehe gar nichts aus bisher immer wie immer völlig Ah, fuck. Und schon bin ich tot. Wäre ja schön, wenn mich jetzt mal jemand hinstellen würde, aber... Alter, guckt euch das mal an. Wir werden mal versuchen, keinen zu töten. Mal schauen, ob ich mit null Kills auf den ersten Rang komme. Komm mal, kann man denn jetzt sterben hier? Komm schon, könnte mal jemand sterben hier. Oh, 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 oh. Ich bin tot. Was? Was? Wieso geht das nicht? Wieso geht das nicht? Wieso geht das nicht? Wieso geht das nicht? Das war gar nicht, was hier abgeht. Scheiße, wir sind richtig am Verlieren, sehe ich gerade. Scheiße, ich glaube, ich muss doch gleich jemanden killen. Sonst warte ich. Hey, aufpassen! Ich werfe jetzt keine Ahnung! Hier ist deine erste Hilfe! Ich hoffe, es war ein Ziel, kommt dich! Wir werden jetzt abpacken! Ah, es ist selber, es ist selber! Hier ist dein Medi-Kick, Mann. Hier ist dein Medi-Kick, Mann. Hier ist dein Medi-Kick! Angst, dass die... Ah, Charly ist jetzt auch verloren. Das war so klar, das war so klar Meteor-Deal-Boy Oh, Minic Ich schau dir das mal an 4300 Punkte mit einem Kill Das ist echt übel Ich hab deine erste Hilfe Kommt schon Leute, gib das hin Leute Kollern, kollern Ach, wenn das immer nur so einfach wäre Kommt schon, sterbt Hier kann gar nichts Kommt schon, sterbt Einfach mal sterben Einfach mal sterben Ja, genau so Ja, genau so Ja, genau so Ja, nein, 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 nein Alter Ja, ja Ich habe einen mit dem Defi getötet. Ich habe gerade einen mit dem Defi getötet. Ich habe gerade wieder mal einen, ich glaube, es ist das dritte Mal erst, dass ich das geschafft habe, um mich mit dem Defi zu töten. Ich habe gerade überhaupt gar keinen Überblick hier. Ich glaube, wir verlieren das eh, aber ganz knapp. Aber nichtsdestotrotz, mir geht es ja eigentlich um etwas anderes. Ah, ich bin tot, ich bin tot, ich bin tot, ich bin tot. Ah, ich bin tot. Ah, ich bin tot. Ah, ich bin tot. Ah, ich bin tot. Alter, da geht's ab, guck dich das mal an. Ah nein, 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 ich habe auswärts in die falsche Taste gedrückt, ich habe auswärts in die falsche Taste gedrückt. Denn str, gereicht dann ein 1.2 unter 5, 33 Elfer und der nächste. Aber das musste effemmt werden für die Zeit... er ist aber gerechnet aber ich mache Punkte ohne Ende so dass es mal an heftigst heftigst was da abgeht okay sie brechen durch jetzt brechen sie durch jetzt brechen sie durch ja ich sollte weniger denken ich darf meine Führung nicht verlieren ich darf meine Führung nicht verlieren auch gut ich freue mich die brechen irgendwie durch den gebunden brechen die durch ich habe also bei der locker ist es so krass weil du hast einfach ja gut das problem ist du musst da drei wege bewachen außen unten und oben ist gerade gar nicht dass die ich habe doch einfach mal ich werde da nicht rumgehen keine ahnung wo denn das ich will meine punkte nicht verlieren ich brauche noch mehr punkte ich brauche punkte ich will die 10.000 locker machen ist ja mein bildschirm immer noch so eingefroren ach so weil da oben offen ist ja 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 viel spaß damit das auch mal ernsthaft ach man komm ich will jetzt noch die 10.000 machen ja der nächste er holt langsam auf er holt langsam auf er holt langsam auf und sterbt steht dem ich stehe nicht Das wäre schön, wenn mal einer von euch einfach mal sterben würde. Jawoll, Dankeschön. Oh, das ist noch. Oh, fang ganz langsam. Noch, konnte man jetzt sterben, bitte. Jetzt ist es Gottmitglied. Mutiert mich ein bisschen, dass er dann gestorben ist. Komm, ich will wenigstens nur die 10.000 Punkte haben. Die ganze Zeit den Defi aneinander reibt. Okay, geht's weiter. Ah, das war. Hier ist deine erste Hilfe, Mann. Wir sind doch irgendwo. Herr Hörn, Einsatzziel Bravo ist jetzt unter unserer Kontrolle. Ah, ah, fuck. Hilfe ist unter dir, Jim. Ja, super. Danke für die RPG. Ja, und nochmal eine RPG rein. Ach, klein Schwanzlutscher. Sehr nix. Ah, fuck. Das war dumm. Es war gerade richtig dumm. Das war mir klar. Ich hätte wieder nach hinten gehen sollen. Ah, die werden gerade richtig heftig gefickt. Entschuldigung. Einsatzziel Alpha wurde erhobert. Augen offen halten. Ich habe einen feindlichen Soldaten in eurem Gebiet. Alter, ich hab den doch... Ich hab eigentlich gedacht, dass der vor mir den tötet. Jetzt hat er natürlich drei Kills da bekommen. Komm, 900 Punkte. Sollte wohl... Wir sind am verlieren? Why? Warum sind wir am verlieren? Ey, wir haben doch voll alles... Die ganze Zeit die Base... Ah, die Fahne. Gut, ich hab da jetzt echt nicht drauf geachtet. Ach, kommen auch 700 Punkte. Ah, fuck. Das ist deine erste Hilfe. Hol sie die. Hier ist dein Medikett, Mann. Ah, fuck. Uh. War knapp, aber... Ich hab leider auch nicht meine 10.000 Punkte. obligativ sich. Hey, 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 hey. Alter, ey, ich glaube, der nach mir wird gerade so verzweifeln. Hey, 52 Kills, warum ist der mit 5 Kills auf erster Stelle? Der muss doch ein Hacker sein. Gut, mein Lieben, wir machen mal eine kurze Pause. Wenn es euch gefallen hat, schreibt es mir in die Kommentare. Und ich hoffe, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis dann, ciao.